hallo und herzlich willkommen wir sind wieder als pöbel im mittelalter unterwegs bei rustler ja erstmal schön rülpsen hier da können wir schlafen ja wir haben zwei missionen einmal blau einmal gelb ich habe keine ahnung was die noch mal bedeuten ich würde sagen was bedeuten das schild hier egal wir laufen einmal weiter krippel und dann hallo ist der bauer ein gold hat er mir gebracht das ist jetzt nicht wirklich viel das scheißhaus kann man nicht kaputt klappen dann weiter weiter ein fischer laufen so alle weg habe ich eigentlich ein pferd kriege ich die achs von dir ja kriege ich dann muss mit schwert und austauschen normal ist natürlich das schwert ich werde aber besucht wie es scheint da hinten kommt einer verfolgt er mich jetzt immer weiter da kommt er kommt richtig geschwärts blöde sau schön und gut wir verstecken was ist das das ist das mit dem ritter hier sehr schön blitz schönes pferd so schön ist der kaputt oh mein gott wow damit habe ich nicht gerechnet also direkt absaufe ok das habe ich nie ein paar lebensfilter ich wollte eigentlich ein paar knüppel haben zack und weiter Möbel was haben wir denn hier ach da kann man einfach nur durchlaufen wow ich meine ich hätte es ja eventuell mir denken müssen an diesem rot leuchtenden Fass aber irgendwie auch nicht auf jeden fall wieder volle gesundheit so ähm ich kann nicht drehen ich habe versucht gerade die kamera zu drehen aber das geht nicht zumindest dass ich wüsste ähm ich laufe jetzt mal zu dem blauen punkt was haben wir denn hier bedeutet nichts alles klar ist das hier ein tor ne was machen die denn da kann ich hier echt nicht durch ne man muss ich ja weit laufen damit ich ja nicht ein tor erwische was machen wir denn hier humankinden's greatest lie stop the conspiracy the earth is round und tell me hier heaven is a lie fuck ok ok das sieht ziemlich nice aus mord scowdy mord scowdy ja ok ich dachte mir schon das sind klingen hier an der seite aber das machen wir natürlich komm ab dafür die mord scowdy auch immer wie die sich drehen ja richtig schön ja und jetzt müssen wir gucken dass wir schnell in die stadt kommen oder so aber wir haben nicht viel zeit wir haben nicht viel zeit zurück oh nice ich mache aber viel zu langsam hier viel zu langsam ist das mal die zürgen von armenbrust sehr schön zu auf an auf 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 Oh man, ich glaube es ist 14, ne? Ich hab erst 14, verdammt. Was hat man denn da? Fuck the king! Du war noch. Du war noch, komm schon. So, so. Okay, da oben sind noch ein paar. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Oh man, nicht so langsam. Oh mein Gott, das war knapp. So, so viele brauchen wir nicht mehr. Oh mein Gott, wie gescheitert. Oh man, ist die Zeit schon rum. Gut. Und jetzt habe ich so viele hier. Am Hals. Ich würde sagen, ich gucke mal, dass ich möglichst schnell hier rauskomme. Ach, ne, ne, ne. Oh, hier. Oh, da geht's raus. Tschöööö. Woher sind wir denn hier im Strand? Also im Fluss. Ich probier's mal aus. Bleib mal kurz ein bisschen hier. Also scheinbar kommt keiner. Das testen wir auf jeden Fall mal aus. Mordsgaudi. Gescheitert. So knapp. Ich glaub schneller. Die Leute hab ich schon messen. Damit möglichst schnell so viele Wachen ankommen. Dann hätte das wesentlich besser funktioniert. Aber ja. Beim nächsten Mal. Hier tut sich aber auch gar nichts. Da oben sind wir. Ich könnte natürlich hier unten zum Pimple Horse gehen. Ich verachte mal ein bisschen. Was haben wir denn hier? Okay, der Rückwärtsgang ist sehr langsam. Oh, was haben wir hier? Das ist eine Plattenrüstung. Jo. Jo. Gut zu wissen. Hier oben ist also eine Plattenrüstung versteckt. Gut, hier tut sich irgendwie nix. aus dem Grund. So. Die geb ich mal ab. Was haben wir hier für ein Hort? 0815 Pferd. Ja. Nee. Dann nicht. Ich dachte das Pferd wäre ein bisschen besser. So. Und dann gucken wir mal, dass wir da runter kommen. Huch. Guck mal. Guck mal. Was haben wir hier? Die zweite Notiz von 9. Die zweite Notiz von 9. So. Ein bisschen schneller weg. Au. One Guy Armee. Sehr schön. Immerhin. Ja. Das ist ein Hufreisen gewesen. Gucken wir mal, wie ich mir das gemerkt krieg. Ähm. Wo bin ich? Ich bin zu weit. Okay. Ich muss wieder zurück. Einmal hinten rum. Das geht. Gut. Weg. Der schießt durch. Oh. Das ist ein Pferd weg. Verdammt. Oh. 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 So. Und dann hier um die Kurve. Oh. 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 Das geht nicht. Oh, kacke. Okay, ich brauche ein Pferd. Ich brauche ein Pferd. Ja, super. Mann. Weg da. Aua, aua, aua. Oh. Okay, das Pferd hat überlebt. Boah. Das Pferd hat auch überlebt. Das bringt mir aber gerade herzlich wenig. Ja, super. Weg da. Oh, wei. Was mache ich hier? Okay. Lauf, 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 lauf. Ist meine Rüstung schon fast kaputt oder ist das, was bedeutet dieser kleine Strich da? Waren hier eben nicht noch Pferde? Warum sind die alle weg? Wow. Wow. Einfach nur wow. Da ist meine Rüstung tatsächlich weg. Ja, ich wollte eigentlich, dass du einfach nur drüber hüpfst oder so. Ja, ich wollte eigentlich, dass du einfach nur drüber hüpfst oder so. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Einfach und tschüss. Hüpf, verdammte Kacke. Au. Ich komme nicht weg hier. Und da hat er mich erwischt. Okay, aber wir haben ziemlich lange überlebt. Sogar lang genug, um einen Archivmann zu bekommen als Ein-Mann-Armee. Und dann können wir jetzt mal gucken, dass wir vielleicht endlich mal die Mission erledigt kriegen. Die Musik hier in dem Spiel, was manche davon machen, ist echt richtig nice. Und der kommt jetzt sogar mit. Jetzt fährt. Nice. Okay. Die Musik wird interessanter. Ein Typ, der einen anderen Typen kennt, hat mir erzählt, dass er einen weiteren Typen kennt. Und der hat gesagt, also dessen Schwester hat gesagt. Ich kenne einen Typen und so weiter. Bereite zum Baden, John. Okay, wo ist denn der Baden, John? Lass mich nochmal auf das Pferd drauf. Und der Baden, John ist irgendwo da hinten. Ich habe zwar einen Baden dabei, aber der reicht nicht. Das ist quasi wie so ein mietbares Radio. Oh, was sind denn das? Schütze den Baden mit dem Schild, halte die rechte Maustaste geschützt, um die Schläge des Gegners abzubehören. Der Schwanzlutscher hat meine Frau angemacht. Okay. 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 Und zack. Okay. Gegen eine kleine Gebühr, ich habe dem zweimal das Leben gerettet und der will mich verdacken. Boah. Das sind die Steine, die bremsen. Amen. Entlasse den Baden. Achso, ich muss meinen Baden jetzt entlassen. Hau ab. Ich schlage den Baden F5, um das Lied zu ändern. Achso, ich kann das Lied sogar ändern. Hm. Oh gut. Wenn man den Loader gestohlen hat. Oh mein Gott. Wissen gibt es denn hier schon überhaupt jemanden, den ich nicht stoppen möchte. Steckgriffe abreißen. Wow. Was für ein Held. Was für ein Held. Wie ist das, was für ein Held. Wie ist das? Wie hat es das Held angeht? Wie ist der Held? Wie ist der Held? Wie ist das, wenn ihr gewählt? Weiter können wir. Freude zum Fälscher, ich meine es ernst. Diesmal ohne irgendwelche Komplikationen. Da sind wir schon. Fünftausend, sowas kann ich gar nicht zählen. Okay, Quest abgeschlossen. Gut, damit haben wir diese Quest erledigt. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns um die nächste. Dann aber auf jeden Fall direkt mit nem Baden und schöner Musik. Bis zum nächsten Mal. Grüß euch Jot, ich bin fort.